Einfache Funktionen in Kalk – LibreOffice 6 Öffnen Sie Kalk und die Datei – einfache Funktionen in Kalk V6.ods Klicken Sie auf den Tab F gleich Code, klicken Sie in die Zelle B4 und sehen in der Formelleiste die Formel, die zu dem angezeigten Wert führt. Die Funktion Code liefert den Code des ersten Zeichens eines Textes. In diesem Beispiel ist das erste Zeichen aus Zelle C4 ein M von Marta. Unten wählen Sie den Tab F gleich Römisch und Arabisch. Die Funktion Römisch wandelt eine Zahl in eine römische Zahl um. Dies ist in den Zellen B4 und C4 der Fall. Die Funktion Arabisch berechnet den Wert einer römischen Zahl. Dies sehen Sie in den Zellen B6 und C6. Klicken Sie auf den Tab F gleich Datumwert und in die Zelle B4. Die Funktion bestimmt aus einem Text in einem möglichen Datumsformat eine interne Zahl. Die Zelle B4 zeigt die interne Zahl für den 01.04.2018. Und Zelle C4 zeigt die interne Zahl für den Tag 0 gleich 30.12.1899 in Calc. Klicken Sie auf den Tab F gleich Ist leer und in die Zelle B4. Die Funktion Ist leer fragt ab, ob die angegebene Zelle leer ist und zeigt wahr an, wenn dies der Fall ist. Klicken Sie auf den Tab F gleich Ist-Formel und in die Zelle B4. Die Funktion Ist-Formel fragt ab, ob die angegebene Zelle eine Formelzelle ist und zeigt wahr an, wenn dies der Fall ist. In diesem Beispiel ist die Zelle C4 eine Formelzelle bzw. eine Zelle, die eine Formel enthält. Klicken Sie auf den Tab F gleich Jetzt und in die Zelle B4. Die Funktion Jetzt zeigt die aktuelle Zeit des Computers an. Mit F9 wird die Zeit in der Zelle aktualisiert. Voraussetzung ist, dass die Computerzeit die richtige Zeitzone hat. Bei modernen Computern wird normalerweise die Zeit über das Internet eingestellt. Klicken Sie auf den Tab F gleich Kalenderwoche und in die Zelle D4. Die Funktion Kalenderwoche zeigt die Kalenderwoche für ein vorgegebenes Datum an. In dem Beispiel wird in D4 gleich 13 angezeigt für den 01.04.2018. Klicken Sie auf den Tab Funktion einfügen. In die Zelle C4 schreiben Sie Anna. Eine Funktion fügen Sie ein, indem Sie in der Rechenleiste den Funktionsassistenten Fx anklicken. Es öffnet sich der Dialog Funktionsassistent und im Tab Funktionen können Sie bei Funktion eine Funktion auswählen. Wählen Sie die Funktion Groß aus mit Doppelklick auf Groß. Im Feld Text geben Sie C4 ein und OK. Benutzt am 8.0-5. Arри Kronend der Tatum aus dem Radio. Dann mit Doppelklick auf den Zoo der Tatum aus dem